Hallo und zwar kochen wir heute Rennfleisch Stroganoff mit Kartoffeln und dazu kochen wir alles im Thermomix, auch die Kartoffeln und das Fleisch wird alles gleichzeitig gemacht und ich habe noch ein paar getrocknete Nudeln von gestern, die werden wir dann noch im Topf für die Kinder noch dazu kochen und ihr dürft wieder zuschauen, viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!